Während sich immer mehr Menschen in Europa Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wünschen, schlagen die EU-Politiker mit Gallionsfigur Ursula von der Leyen eine ganz andere Richtung ein. Es sieht so aus, als würde die Europäische Union diesen Krieg zu dem ihren machen wollen. Ein Drei-Stufen-Plan, der nach Spiegelinformationen eine massive Steigerung der Munitionsherstellung vorsieht. Dadurch soll einerseits gewährleistet werden, dass die Ukraine genug Munition zur Verfügung hat und andererseits, dass die eigenen Depots der EU-Länder aufgefüllt werden können. Aktuell lehren sich die nämlich zusehends. Das Papier mit dem Plan der drei Säulen enthält, wird am Donnerstag den Botschaftern der Mitgliedsländer vorgestellt. Säule 1, die sofortige Steigerung der Lieferung von Munition, vor allem von Artilleriegranaten des Kalibers 155 mm an die Ukraine. Bei Säule 2 ist vorgesehen ein gemeinsamer Einkauf von 155 mm Munition durch die Europäische Verteidigungsagentur EDA, um eigene EU-Vorräte aufzufüllen und die Ukraine langfristig versorgen zu können. Darüber hinaus will man eine langfristige Steigerung der europäischen Kapazitäten zur Munitionsherstellung, um der geänderten Sicherheitslage Rechnung zu tragen. Ja, ich weiß nicht, dass sie nicht mehr aufgeführt werden können.